Die Qualifikationsgruppe B war sie die neuntbeste. Die Qualifikationsgruppe B war sie die neuntbeste. Und sie macht eine musikalische Verbeugung vor ihrer Heimat. Musiken von Antonin Dvorak, slavische Tänze. 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 Und jetzt ist natürlich die Prager Sporthalle und ihre Anhänger begeistert. Aber dennoch gibt es Abzüge. Sonst wären ihre Noten sicherlich alle bei 5, wenn nicht sogar ein bisschen drüber. Das werden wir ja dann in der B-Note sehen. Dann bekommt sie ja das angerechnet, was sie eigentlich auch in der A-Note dann bekommen hätte. Da sehen wir es also, 5,0. Hier der Schnitt in der B-Note. Und zu diesem Zeitpunkt übernahmen sie die Führung. Denn vor ihr lief ja nur die Belgierin Alice O'Klees und die hatte nicht einen besonders guten Tag. Und zu diesem Zeitpunkt übernehmen sie die Führung. Und zu diesem Zeitpunkt übernehmen sie die Führung. ilda Krieg, slavische Tänze. Jahrhund.